In der Sendung wurde live untertitelt. Wie dumm dieses Kind ist. Welches? Die ist da vorne gesagt. Überholt dich. Das sag ich jetzt deiner Mama. Nur weil das andere Kind das andere Kind überholt. Und guck mal, jeder so gut. Und dann hat dieses Kind mit dem ganz, ganz hellen blauen Fahrrad gesagt. Dieser mit dem blauen Fahrrad. Überholt dich. Das sag ich jetzt deiner Mama. Ja. 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 Ja.